Es bleibt spannend, es ist richtig gut, wir haben alles versandkostenfrei heute, alles versandkostenfrei und wir haben ein nur einmal so günstiges Angebot. Ich wollte es mir eigentlich aus der Tasche zaubern, aber da war die Übergabe schneller da, als ich gedacht habe. Es ist wie mit Weihnachten, das kommt schneller, als man denkt. Und vorher haben wir ja immer diese ganzen Wichtelgeschichten. Und bei den Wichtelgeschichten kommen wir jetzt auch mit ins Spiel. Oder in der Zeit, wo es dunkler wird und die kleinen Erst-, Zweit- oder Drittklässler... Geburtstagspartys. ...mitbringseln. Ja, auch gut. Alexander Barth ist an meiner Seite. Hallo, guten Abend. Du warst schon, hast du schon mitgefeiert? Ich habe heute, ja heute Morgen um 10 haben wir schon Party gemacht. Ach, guck mal, das ist die richtige Partymaus. 16,99, Sie bekommen fünf Leuchten. Wir haben nur vier hier, weil uns eine Farbe noch nicht angeliefert wurde. Die sind aber in den Päckchen, die Ihnen ausgeliefert werden. Mit der 826-044 bestellen Sie mit einem kleinen Licht meinen Schlüssel in der Tasche suchen kann. Das finde ich ziemlich gut. Kleiner Tipp, 70% sind weg. Wenn Sie die anmachen, Sie sehen das ja hier, wo eigentlich fast immer ein Keyfiner drin ist. Wie gesagt, ich finde den super praktisch. Ich mache meinen Schlüssel aber nicht dran, dann muss ich den immer ab. Es ist ja auch, wenn dir jetzt was runterfällt, du stehst an der Haustür, das Schlüssel fällt runter, was auch immer passiert, im Auto. Im Super nimmt nicht viel Platz weg. Wir kommen jetzt in die dunkle Jahreszeit. Wir haben uns jetzt noch über die schönsten sonnigen Abende noch gefreut, aber ab nächster Woche geht es dann in den Herbst. Das ist ein richtig großartiges Pflegeset für einen unglaublichen Preis. Also muss man sagen, alles versandkostenfrei heute. Egal was Sie bestellen, unsere Feuerzeuge, unsere Taschenlampen, da sind gleich noch, wie viel haben wir noch von den? 194 Taschenlampen haben wir noch. Also ich kann ein Feuerzeug, also für eine Kerze und Co., das gehört in jeden Haushalt. Das braucht man, eine Wunderkerze anzukriegen. Stimmt. Silvester ist immer ein Problem. Irgendwann sind die Daumen taub, man weiß gar nicht, vor Kälte oder weil sie so oft angekogelt sind. Und gerade bei Wunderkerzen brauchst du ja eine gewisse Hitze, damit du überhaupt zünden. Tada. Also alleine für Silvester lohnt sich das ja schon extrem. Also da muss ich auch sagen, drei Stück, 16,99, günstigter Preis bis 9 Uhr. Also da können wir auch gar keinen Preisvergleich machen, weil drei Stück für den Preis ist... Das ist der günstigste Preis, genau, das brauchen wir nicht gucken. Ich habe das tatsächlich, wie gesagt, mir hat das meine Freunde gezeigt, die meinten so, guck mal, das hat mir jemand geschenkt und ich dachte erst, was ist das denn? Was soll das denn? Und jetzt sagt sie, das ist richtig gut. Ja, ich erinnere mich, weil sie meinte auch, das ist keine Flamme, es geht immer an und auch beim Wind, selbst wenn du an die See fährst und im Urlaub und wenn sie mal eine Fluppe rauchen wollen, wenn sie halt eine rauchen, dann tun sie es halt, aber dann kriegen sie damit die auf jeden Fall an. Das geht halt auch für die Pfeife, was auch immer. Für die Pfeife. Aber auch um den Kamin anzuzünden oder eben um Kerzen anzuzünden. Ich glaube, es ist halt im Prinzip ja wirklich so, man braucht ein Feuerzeug nicht mehr ständig. Aber es gehört zur Grundausstattung. Aber es gehört zur Grundausstattung. Und es sollte funktionieren. Ja, das unbedingt. Hier brauchen Sie kein Benzin, kein Gas, gar nichts. Nichts nachfüllen. Die sind aufgeladen, die gehen auch nicht mehr. Darf ich mal? Ja, klar. Bitte sehr. Und, schwer? Nee, ist nicht schwer. Ich habe ein echt großes Interesse daran, weil wenn ich durch die Wohnung laufe, ja, dann denke ich mir... Guter Song übrigens. Wir bekommen hier gerade überhaupt nichts mit. Der Sound ist nur, das sieht man, ich halte es mal so daneben, der Sound, Moment, mit dem passenden Bild natürlich, der Sound strahlt nach oben. Qualität ist, meine wir reden hier... Ja, aber ich höre alles drumherum. Das finde ich total gut. Die Ohren sind frei. Wie ist das vom Gewicht? Du kannst dich bewegen, du kannst mittanzen, wie du willst. Ja, ich könnte jetzt kochen nebenbei zum Beispiel, das wäre so mein Ding. Oder ich könnte am Platz unterarbeiten. Sie können auch über telefonieren. Weil ich bin ja, ich bin ja ehrlich, ich bin ja nicht so ein In-Ear-Fan. Ja. Weil ich habe ja schon hier immer das Ding im Ohr und dann... Auch Over-Ear, mit der Zeit, wird das warm, wird das schwitzig. Versuch mal ein Nickerchen mit Over-Ears zu machen. Ja, die hier liegen da. Jetzt sind wir gerade noch bei der Musik, 360-Grad-Sound. Wir ändern das jetzt mal und gehen jetzt mal rüber. Und ich habe hier noch ein... Aber wie viel hört man denn? Wie viel hörst du denn davon? Weil für mich ist es ja total laut. Also für mich ist es super präsent. Es ist, ja, es ist präsent, aber nur so ganz leicht. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sophie sitzt zu Hause auf dem Sofa, schaut sich einen wunderschönen Film an, im Konzert. Aber es stört halt keinen anderen drumherum. Wenn man einen Senior zu Hause hat, der immer sagt, mach mal lauter, mach mal lauter, der hat seinen eigenen Sound, aber der hört auch noch, wenn man mit ihm sprechen möchte. Wir haben tatsächlich die letzten 20 Nacken-Lautsprecher. Wir haben auch noch Ratenzahlungen hier für Sie. Und wir haben mit Abstand... Eine Rate, Moment, 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 eine Rate. 41,69. Innen kannst du leiser und lauter machen. Das ist ein Plus und ein Minus. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt die Power-Taste. Oh, ich habe es ausgemacht. Das war in der Mitte ist Pause dann. Ah. Jetzt geht es weiter. Dann nach unten geht es lauter. 15 Kopfhörer haben... Es sind ja keine Kopfhörer. Nacken. Nacken. Nacken-Lautsprecher. Wir müssen über den Namen sprechen, Sony. Sony. Das ist wahrscheinlich... Ihr hört sich das im Englischen, wenn ich es wüsste, viel, viel schöner an. Mega. Ab wann hört ihr denn was? Ich wollte gerade mal fragen. Ich habe ja hier... Ich bin mal so frei. Ich nehme mal mein Mikro. Ja. Jetzt hört man nichts. Und wenn ich jetzt mit dem Mikro drüber gehe... Hört man da was mit? Hört man da was? Und jetzt musst du wieder weggehen. Aber jetzt hört man es bei mir, oder? Wir müssen mein Mikro ausmachen. Ihr hört über mein Mikro nichts? Hört auf! Ich halte noch mal meins drüber. Ich spreche mit der Regie. Das ist wirklich eine Glocke, eine Kugel um dich drumherum. Und vom Gewicht her sind die Feder leicht. Wie cool ist das denn? Das sind 200 Gramm. Computerbild sagt mega. Wir haben noch 4, 7. Wie viel haben wir? 10. Wir haben noch 10 Stück. Ja. Immerhin mehr als 4 oder 10. Wie wärst du noch zum Abschluss mit einem kleinen Actionfilm? Ja. Top Gun. Ja. Habe ich am Sound erkannt. Aber auch am Überflug, ne? Surround Sound auf den Schultern. Vorne, hinten, oben, unten, rechts, links, überall. Das ist total cool. Sie können darüber telefonieren. Der hat eine Akkulaufzeit von 12 Stunden. 12 Stunden? 12 Stunden. Auf die Bahn, auf die Reihen, egal wo. Du hast die Ohren frei. Du bekommst deine Umgebung mit. Du hörst mit. Du hörst die Ansagen. Du hörst alles. Nicht, wenn du die... Du kannst dich ins Büro setzen. Du hörst Musik. Störst die anderen nicht drumherum. Und wenn dich einer anspricht, kriegst du es mit. Das kannst du mir doch nicht sagen. Hörst du jetzt was? Ich höre ein bisschen was. Leise. Du hast auch gerade ziemlich laut. Ja, ich habe es laut. Bei dem Film, den kann man ja nicht leise gucken. Ja, aber das ist halt genau der Punkt. Wenn das jetzt ein Heimkino wäre auf laut, dann wären die Nachbarn jetzt um 22.48 Uhr auf jeden Fall schon vor der Tür. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich finde das, was ich halt wirklich gut finde, du hörst trotzdem alles. Du kannst die Klingel hören, wenn der Hermesbote wiederkommt, ne? Und man kann trotzdem Musik hören dabei. Kann ich damit auch telefonieren, hast du gesagt. Ja, ist alles mit dabei. Alles mit eingebaut. Also ich bin ja, ich hasse ja, Telefon am Ohr zu haben. Nein, das trägst du ja so locker mit dir mit. Das ist übrigens, wir sind die letzte Generation, die so machen, ne? Ja. Die anderen machen so. Das sind tolle Angebote, Freund. Aber jetzt ist es versandkostenfrei. Heute können wir versandkostenfrei bestellen. Alles. Alles, natürlich auch das Tagesangebot. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, ich kann es versandkostenfrei bestellen, ich bekomme eine große Menge von einer Kosmetiklinie, die Elisabeth Grant heißt und Kaviar, habe ich glaube ich schon mal gehört. Was zeichnet diese Linie aus? Ja, das ist... Können wir vielleicht gleich nochmal zeigen, falls es nicht direkt will. Aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Thuriculum ist der Start, es ist der Start der Erfolgsgeschichte von Elisabeth Grant. Damit hat es angefangen. Ja. Diese Essenz finden Sie in jedem Pflegeprodukt von Elisabeth Grant. Das ist die Basis sozusagen. Hier bekommen wir das Angebot, was ausverkauft ist. Weil es gibt immer mal wieder Thuriculum-Angebote. Es gibt auch immer wieder Thuriculum-Sondereditionen. Das ist das absolut Beliebteste. Die Beliebteste, das Pure ist genau das, wo immer alle auch noch fragen, wann gibt es das denn? Wann haben wir sie denn? Wann gibt es denn das mal wieder? Weil sonst nur in einer kleinen Menge. Und der Preis ist dann ganz anders. Auch das wird gekauft. Das ist meistens auch im Sortiment. Das ist ja auch für 30 Milliliter. Eingecremt, aber es macht wirklich immer, guck mal, überall Tüten, immer einen Unterschied. Wie ein Seidenstrumpf, wenn man die aufgetragen hat. Eingecremte Beine, also ich bin wirklich immer dabei, jeden Tag wird hier gecremt, so jeden Tag. Sie werden die auch nächste Woche noch bekommen, hier Mückenstiche gibt es natürlich immer noch. Aber die ist dann nicht versandkostenfrei. Die 6 Euro, das können Sie sich doch sparen, 5,95, wer zahlt die schon gerne. Natürlich, dafür nehmen Sie sich lieber irgendwas mit. 100ml Augencreme, 200ml Gesichtscreme. Großartig verträglich, das muss man auch immer wieder sagen. Es gibt eine riesengroße Fangruppe und Verbraucherinnen, die Elisabeth Grant schätzen. Auch Männer übrigens, weil sie ja auch parfümfrei zu Ihnen kommt, die Gesichtspflege. Und Conny, Conny kenne ich eigentlich ja auch aus der Mode, so habe ich sie kennengelernt als Model. Und ich habe immer... Er ruft schon nach dir, hörst du es nicht? Mrs. Moneypenny, ich lege los. So, also, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Staubsauger ist großartig. Ich habe ein vergleichbares Modell zu Hause. Warte, ich guck mal hier. Ja, sehr gern. So. Und bin mega zufrieden damit. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, manchmal bei den Angeboten, die wir haben, denke ich so, man geht in der kaputt, damit ich mal einen neuen kaufen kann. Aber er hält und hält und hält, das muss ich auch ganz klar sagen. Also, wenn man denkt, Akkustaubsauger halten, nicht, doch, die halten. Das wird ja immer ekliger. Nicht nur, dass davon sehr viele meistens, also die vermehren sich halt einfach unfassbar schnell. Ja. Da sind relativ schnelle viele da. Wir haben jetzt was, noch 70, 80, 69, 68. 68 Geräte haben wir noch von 1000 Stück. Kurze Frage. Und wir sagen immer, Dyson ist flexibel. Mit Dyson können Sie Sachen machen, die das Leben erleichtern. Und ich möchte Ihnen jetzt kurz was zeigen, bevor ich Ihnen zeige, was für eine Power der hat. Auf die, ja. Ich wollte nur sagen, wir haben jetzt schon eine Menge weggesaugt. Das ist eigentlich, also wenn Sie jetzt so die Wohnung saugen, ist das der Dreck, der da so rumliegt. Der ist immer noch nicht voll. Der ist immer noch nicht voll. Da passt immer noch eine Menge rein. Ich will auch noch mal ganz klar sagen, der Preis ist unschlagbar. Die Ratenzahlung. Gibt es bei Dyson eine zinsfreie Ratenzahlung? Ich meine, wir dürfen Dyson, Dyson hat uns das Angebot mitgebracht. Wir sagen, wir beantworten das einfach nicht. Aber wir haben sie auf jeden Fall. Ihr habt sie auf jeden Fall. Es ist der allerbeste Preis. Wenn wir mal überlegen, wir haben uns gerade die Preisgrafik angeguckt. Und wenn Sie sehen, dass ein Preis innerhalb der letzten 365 Tage noch nie da war und auch davor nicht, dann wissen Sie, das ist ein Top-Angebot. Und V11, V12, V15 ist die Oberklasse. Und wir haben einen Filter hinten dran, der die Luft sauberer macht, wenn sie rauskommt, als sie reingeht. Ich darf ihn auf den Teppichboden, weil er einfach diese Leistung hat. Also ich wechsle den Aufsatz eigentlich nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt so ein, zwei Teppiche, wo ich sage, ach, da gehe ich ab und zu mal mit einer anderen Düse drüber. Ich mache alles mit der. Und das Schöne ist, wenn Sie die Hartböden haben, das ist, als ob die die poliert. Ich habe das Gefühl, ich muss weniger wischen. Ich wische mehr für das Gefühl als für die Optik, sage ich jetzt mal. Glaube ich dir. Und das ist ein ganz, ganz großartiger Unterschied, weil die Böden einfach immer super aussehen damit. Thema großartig, der Preis ist großartig. Wir gucken uns ganz kurz diese großartige Preiskrafik an. Ich habe eins auch ganz ehrlich, die sagen, ich bin doch nicht bekloppt und kaufe mir einen Staubsauger für 600 Euro. Mein nicht. Das ist okay. Das Tolle ist, ich bekomme heute einen Staubsauger, der eigentlich 600 Euro kostet, für keine 400 Euro. Also das ist natürlich ein Angebot, wo ganz viele sagen, selbst wenn ihr Nachbar dann sagt, oder ihre Schwägerin, Tante, Onkel, wer auch immer, warum, was mit dir geht es los? Hast du einen Lotto gewonnen, warum kaufst du einen Staubsauger für 600 Euro? Da sagst du, ich habe keine 600 Euro bezahlt, ich habe 380 bezahlt, 389 Euro. Aber wir sind noch nicht kleinlich sein. Versandkosten haben wir uns heute auch gespart, fast 6 Euro. Das Gerät kommt in den nächsten Tagen zu Ihnen und das ist... Was soll ich denn sagen, Mensch? Ja, guck mal hier. Der Schnaupt, der guckt da ganz genau. Ja. So. Der letzte fegt durch. Aber du fegst nicht mehr, weil du hast ja schneller den Dyson. Die Woche gedacht war, neigt sich langsam dem Ende zu. Es ist ein Hautgefühl, was viele beschreiben als das Elizabeth-Grant-Hautgefühl. Die Kosmetik hat einen ganz, ganz, ganz tollen Effekt auf die Haut. Wenn du es aufträgst, du hast nicht das Gefühl, manche Cremes trägst du auf und dann denkst du, okay, du musst nach 2, 3 Stunden wieder nachcremen. Es reicht einfach nicht. Das ist ja nicht. Ganz, ganz toll ausbalanciert durch Feuchtung, Lipide und dann natürlich auch noch, wie wir hier haben, mit Peptiden arbeiten. Das ist halt auch nicht nur der Sofort-Effekt, sondern eben auch noch die Langzeit. Das ist halt auch nicht nur der Sofort-Effekt.